Ja, aber du musst dann über diesen Wert von dem Essen da kommen. Dogfood, ich hau mal Hundefutter auch noch mal drin. Feeling unreal. Oh nein! Das war nicht gekocht, siehste? Jetzt hast du die Scheiße auch gehalten. Das war nicht gekocht. Nee, da steht der nicht, dann fühlst du dich nicht. First Aid Kit, use. Hallo und willkommen zurück bei Survival Nights. Wir starten gerade mitten in die Nacht drin. Sind selber so ein bisschen überrascht worden, weil wir nicht mehr uns erinnern konnten, dass wir ausgelockt haben, kurz vor der Nacht. Ist jetzt leider für euch ein bisschen dunkel. Ich hoffe, die geht schnell vorbei. Und ich hoffe, die Musik geht auch gleich aus. Weil das war bei der ersten Folge, glaube ich, der Einzige, was so laut war. Sobo macht sich gerade Start, klar. Ich weiß ja nicht. Guten Tag. Ich hab, hab ich immer kein Menü? Wie war denn das noch mal? Wo hat die denn? Nee, nee. Ich hab ja die Waffe irgendwo, genau. Hiervon hab ich noch zwei Schüsse. Scheiß Musik geht mir auf den Sender. Singt das bei dir auch? Ja. Jetzt sieht's aus, ne? Nee. Tut mir leid, ihr kennt das von mir in jedem Spiel. Ich quäle mich mit den Audios rum, weil ich die, also ich nehme nicht mit dem Mischbild auf und kann das im Nachhinein nicht mehr grob steuern. Nur ein bisschen in meinem Renderprogramm. Ich hab da auch keine Lust gerade mich zu mit beschäftigen, aber jetzt ist es aus. Jetzt kann ich jetzt keinen Hintergrund wieder lauter machen. Was sagt denn die Map? Was sagt denn die Map? Die kommen... Nicht. ...von unserer rechten Seite hier so raus. Achso, nee, bei mir kommen keiner. Weil ich bin ja erst nach dir rein gekommen. Nach Sekunden später rein gekommen, ja. Ja, und da stand eben, dass die Horde mich nicht mehr betrifft. Von daher werde ich wohl überleben. Das war eine schöne Garage hier so. Kann man hier drin auch bauen? Also können wir uns hier auch drin verschanzen und hier? Schlösser und so. Wir haben doch so einen Lock gefunden, ne? Ich... Wo war ja, ich hab die ganze Tasche voll. Ja, ich auch. Wir müssen... Wir müssen uns mal... Vielleicht sollten wir uns mal ein Auto besorgen. Da haben wir auch ein bisschen Stauraum drin. Also ich würde erst mal mir einen Raum suchen, wo wir hingehen und eine Kiste bauen und also eine Kiste nutzen, einen Lock ranbringen, dass wir uns irgendwo ein bisschen... Das geht ja nicht. Place Lock to Use. Wenn du sagst, du hast ihn gefunden. Ja, aber das geht hier nicht dran. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Dann müssen wir uns hierhin bauen. Vielleicht doch, hier, warte mal. You need a lock kit and a screwdriver or drill to attach a lock. Also wir brauchen noch einen Schraubenzieher oder einen Kit, um das Ding hier anzubringen. Einen Screwdriver habe ich. Okay. Komm mal her, dann gebe ich dir das Ding. Ne, 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 du machst das. Ja, vielleicht... Screwdriver... Pass auf, ich droppe den. Sehen. Und was brauchtest du noch? Oder... Warum nimmt der denn das nicht? Einfach nur kurz E drücken. Hab ich ja. Ne, eigentlich nicht. So, dann gucken wir mal. Irgendwas fehlt. Vielleicht brauche ich doch noch diese Lock Kit. Craft. Boah, das ist ein Hespans Stamper. Das brauchen wir natürlich. Hespans Stamper. Das kann ich auch nicht übersetzen gerade. Und Screws haben wir auch nicht. Aber dann wissen wir schon mal, was wir sammeln müssen. Und der Tag hat angefangen, also wir können auch gleich wieder raus. Komm, welche laufen. Ob ich sie mit dem Screwdriver auch anpieken kann? Oh, wo? Scheiße, das ist so klingel. Okay. Ich hab zwei Schüsse. Wenn noch wer kommt. Okay, wir sind durch. Sagt es ja? Hat es dir gesagt? Ja, geh mal... Geh mal hier an die Werkbank. Ja, hab ich schon gemacht gerade. Ja, und da steht... Da stehen doch immer Lock Kit. Ja, hab ich schon gesehen. Heik, gerade angehabt. Und dir sagt... Ja, dafür braucht man Hespans Staple. Ja. Aber auch wenn ich es lese, dann muss ich es googeln. Hespans Staple. Oder... Workbench nicht. Und... Eine Zange. Okay, dann loote ich hier nochmal durch. Vielleicht liegt der ja auch eine Zange rum. Weil das sieht man immer schwer. Die kleinen Sachen, die hier auf der Erde liegen, die übersieht man ganz oft. Ein Vorhängeschloss ist es. Okay, also müssen wir erst... ein Vorhängeschloss machen. Und dann... so ein Lock-Tink. Aber hier kannst du nicht ein Vorhängeschloss herstellen. Das wirst du wahrscheinlich finden erst, oder? Wir müssen einfach mal looten hier wahrscheinlich. Schrauben brauchen wir und... Naja, hier ist ja überall noch zu looten. Ja, aber ich bin voll. Ich kann nichts mehr looten. Okay. Deshalb, wir müssen uns erst mal einen Unterschlupf suchen und auspacken. einen Unterschlupf... Unterschlupf... Ich weiß nicht. Und vor allem brauchen wir noch nicht... Wir können ja nicht... auspacken, wenn wir nicht eine Kiste machen. Aber es gibt doch auch freie Gegenstände, ne? So wie Regale und so, wo wir Sachen... Naja, dann packen wir das hier einfach hin. Dann lassen wir das hier als Unterschlupf. Aber hier ist es nicht. Dann packen wir hier... Haben wir nicht hier auch unsere Dinger hingepackt? Hier unsere Sleeping Packs? Nee. Sollen wir? Aber ich hab keinen Sleeping Packs mehr. Vielleicht habe ich ihn doch irgendwo hingepackt. Und du siehst auch... Wenn du zum Beispiel an Schränke gehst... Da steht immer... eine Null davor. Oder eine Eins oder eine Zwei. Je nachdem, wie viele Items drin sind. Und wenn Null ist, dann brauchst du ja nicht aufmachen. Okay. Ja, hier drüben ist so ein... So ein Regal. Wir sind ja... Schmeißen wir hier einfach irgendwo drin? Hier, hinter dir. Oder? Drop. Da. Sparking Plug. Aber ich hatte ja schon einen Schlafsack. Wo ist der denn? Ach, den haben wir oben. Komm mal hier vor. Und dann guckst du da hin. Und dann gehst du auf I. Und dann droppst du einfach... Keine Ahnung. Large Cooking Pot. Dann kann ich hier hinpacken. Zack. Doch, Sleeping Back ist er. Drop. Ich kann das hier überall hinpacken. Ich brauchte bloß das Faden kurz dahin ausrichten, wo man das hinpacken will. Und dann funktioniert das. Eugen Kompass? Dann das Kentin... Ja, reicht, wenn er... Ja, ja, muss ich... Sleeping Back. Ach ja doch, den sollten wir hier mal hinsetzen. Aber den pack mal oben hin, wa? Wo die Kisten sind. Ja. 108 von 110. Dann packe ich meinen mal... Hier hin. Gut. Kann ich nicht. Doch, hier. Pack den oben hin. Und drücken. Nö, ist doch schiss. Wir gehen doch hier eh wieder weg. Homeset, okay. Can be seen on the map. Ah, wir können die auf der Karte... Ah, tatsächlich. Guck mal. Da hast du jetzt Base, sozusagen. Also ist das unsere erste Base. Habe ich noch drückend Wasser? Ja, ich habe noch irgendeine Brannen. Äh, can see, order, dirty. Okay. Place. Eko, Eko. Zack. Na, wir gehen jetzt schon mal Wasser. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier was zu gut haben. Weil das haben wir in der Landverwählung ist. Oh, jeez. Der Stand gerade 40%. Dann habe ich hier auch 50 mal. Direkt zweimal Wasser, ehemal. Kintin, water, clean, drink. Das ist schon mal gut. Ansonsten essen habe ich gar nicht. Klos habe ich nicht viel. Empty can. Can empty. Empty can. Und ich kann nicht haben. Water clean, ne? Den kann ich's trinken. Ne. Ich nimm's... Aber warum trinkt ihr das denn? Ich wollte es, wenn ihr auch nur mitnehmen. Egal. Den musst du schnell drücken. Ne, hier draußen ist ein Wasserfass. Achso. Da können wir das wieder mitnehmen. Egal. Essen müsste ich eigentlich immer was, aber... No water found. In dem Fass. Doch, warte mal. Kennt ihr... Wollen wir mal gucken, ob ich zwei hatte? Ich hab ja noch einen Dirty. Okay, na dann. Na, den mal durchgebrutzeln, dann nehmen wir das einfach mit. Dann gucken wir mal. Ich hätte gerne ein schönes Auto mit einem dicken Koffer und Picker, aber so. Und dann in rosa. Ja. Gehen wir zum nächsten Haus, ah? Schade, ich hab gedacht, dass man vielleicht mal irgendwas findet, was man denn kombinieren kann. Antiseptik-Zeug oder so. Ne, geht nur in der Apotheke. Außer du hast im Bad einen Pharma-Schrank oder so. Okay. Vielleicht. Wird hier Bus-Altestelle? Stromkasten. Weg mach. Ne. Ist der nicht. Ist der gut? Nein, mach. Da. Geht. Old to search. Schön. Das ist wirklich ne Bus-Altestelle. Ja, sah so aus. Hier ist ne Bude. Wir werden so gleich in unserem Fenster springen. Zeig mal klopfen. Mach doch. Oh, drei Stück drin. Ja, sind welche drin. Aber ich hab nur zwei Schüsse. Hey, ich mach das. Lass mich da. Meiner. Hinter dir? Die ist nicht schlecht, wa? Meine hat bloß noch 74%. Ich hab nur zwei Schüsse. Vielleicht heigt da noch mehr, oder? Doch, ne, ich hab welche. Doch, doch, geht. Hab nur zwei. Kann immer nur zwei nachladen. Drei heigt insgesamt. So, lass uns mal gucken. Die Lampe an und ab geht die Busse. Hab keine Lampe. Hilf mir. Ne, bei mir. Ach so. Im Kühlschrank. Hier jetzt, wenn du hier rüber gehst, dann siehst du 0 von 36. Zählt. Dann brauchst du dir auch nicht erst aufmachen. Hier ist ein großer Topf, den wollen wir nicht. Play Store, ich wollen wir auch nicht. Ein Hammer, Heike, von. Das Ausgang ist gut. First Aid Kit. So, hier ist ein Struktur. Den kannst du nicht nehmen. Test mal. First Aid Kit? Ne. Das würde ja, also ich hab ja hinter diesem, wenn du ins Inventar gehst, steht ja Sickness, Feeling Unwell. Und dann gehst du auf Search. Und dann siehst du automatisch. Wo steht Sickness? Ne, den kann ich jetzt nicht. Also im Inventar steht Sickness. Ja. Und da steht bei mir Feeling Unwell und dahinter steht Search. Und wenn ich auf Search gehe, würdet mir alle Items, die damit verbunden sind, anzeigen. Aber ich hab keines, was dagegen hilft, in der Tasche. Jetzt zeigt mir das an. Das ist total cool, die macht eigentlich. Ich hab nochmal Dirty Water getaked. Tch. Ja, ja, ja. Das sind doch die Enge-Eier. Also ein Eisenwinkel im Rad. Oh, wie ermüdlich. Warte mal, wir müssen mal ein Foto machen. Kann ja nicht. Ich hab ja noch nicht raus hiervon, wie ich mich sehe. Aber so geht's auch. Stell dich mal vor den Elchkopf. Na, warte. Ja, nehmen wir. Sieht ermüdlich aus. Was hier? So, sind wir durch. Hoch geht's nicht. Oh, ich hab noch Klos hiervon. Was ist das hier für ein Raum? Liegt auch noch was. Ist eine Lampe, ein Schrank, was liegt hier in der Ecke? Eine Pulle. Sieht aus wie Jim Beam, 18 Jahre alt. Ist aber kein Jim Beam. Gut, gehen wir an der nächste Bude kommen. Mhm. Rechts ist meiner. Okay, Matthias wird natürlich ein oder eine nehmen, aber... Ja, ich muss nur gucken. Ich hab noch ein bisschen Muni. Zwei. So, ich mach mal auf. Weil ich... Ich nehme mal hier. Pass auf, die kommen schon durchs Hinter. Ich wollte nur meinen Typen hier ausrüsten. Meinen Baseballschläger. Ist da noch welche drin? Nee. So, dann mal hier. Nochmal. Ja, latsch mir genau da ruf. Du bist doch vorher gelaufen. Ich stehe doch schon ernst. Null. Ist immer null. Du hast ja nichts drin. Null. Ist ja Spieler-Storage. Nee, manchmal steht auch eins oder zwei. Noch nie gesehen. Ist nicht Spieler-Storage. Eigentlich schon. Kitchen-Cabinette steht da dran. Bei Spieler-Storage steht Spieler-Storage. Oh, Inventar-Full. So, dann muss ich erst mal was... Drück hier. Neun Millimeter. Storage ist viel mehr. Ringert es schon wieder? Ja, natürlich. Wie in jedem Spiel wird es gespielt. Ah, haben wir ein Glück. Was ist hier hinter? Nix. Aber dringend noch nicht doll. Ja, was haben wir jetzt hier? Hier ist wirklich nichts mehr. So, nichts, nichts, nichts. Carlot. Da haben wir echt... Die sind vielleicht echt weit unterwegs. Shit hier. Was machen wir? Kann ich dir nicht sagen. Carlot wäre geil. Aber das ist weit in Richtung... Osten. Ich brauche eine Apotheke. Alles andere ist mehr. Ja, wie weit ist das? Hier gibt es rundherum nirgends in der Apotheke. Ja, dann müssen wir da hinlaufen. Schnell. Ah. Schnell geht nicht. Entweder im Süden. Okay, pass auf. Ich schmeiß dir meinen Kompass raus. Komm her. Kannst du selber gucken. Ja, wirst du ja. Geh einfach vor. Ich brauche nicht gucken. Geh dahin, die am nächsten ist. Was am nächsten ist. Das ist weit. Ja, wenn wir rennen ohne looten. Außer ich sterbe. Ich kann es nicht... Das sagt mir nicht mehr, wann. Geh, Filter Items. Okay, komm. Dann rennen ohne alle. Komm. Wie viel bist du rein? Schneiden wir uns zusammen, wenn wir die Apotheke erreicht haben. Oh, guck mal hier. Schöner Pickup. Ja, stimmt. Der sieht echt schön aus. Oh, mit einer Kiste hinten drauf. So hat es weggegangen. Ja, jetzt gehen wir erstmal in die Apotheke. Merk dir den Punkt. Setz dir was dahin. Ich hab den gesetzt. Achso, okay. Grenner. Nee, ich meine an dem Pickup. Nee. Wir finden schon wieder ein Auto. Egal. Wir müssen das eh in so einem Car-Lot machen. Also in so einem Autohof. Weil da sind ganz viele Autos. Und da kannst du von dem Auto ins andere umbauen. Und hast du auch Benzin und so. Da hast du keinen Stress. Das ist es hier? Ja. Apotheken hier? Ja. Kannst du hier anmachen. Ich hab an. So. Mein Magenknot. Wo ist denn der Eingang? Genau. Boah, hier. Da sind wir. Scheiße. Ob das jetzt der Eingang war? Keine Ahnung. Komm, wir gucken hier hinten lieber. So, such. Oh, was. Oh, hier ist auch einer drin. Den töt ich. Der ist schnell wieder. Ja, ja. So, ich hab meinen. Der hat nichts dabei gehabt. Ich geh nochmal rin gucken hier. Ach, du kommst von der Seite. Okay. Sieht ja eigentlich aus wie eine Apotheke. Schweinebande. Sieht aus wie eine Schule. Ja, manchmal liegt doch was kliniert auf der Erde. Ah ja. Da geh ich schon mal in die nächste Tür hinten. Mhm. Oh, sie sind schnell. Wie er schießt. Scheiß Knarre, ey. Die hat bloß noch 16%. Zwei. Ich kann auch. Lass mich mal. Komm mal her. Ja, die Knarre. Ja. Die lädst du mal aus. Hast du es nicht? Hast du es nicht? Geh weg. Ja, hier sind Sachen, aber die kann man nicht einsammeln. Hier sind Medikament. Best Aid Kit. Hier, das musst du mitnehmen, weil Inventar voll. Jetzt use ich das einfach und dann ist gut. Bandagen. Antibiotika. Fuck. Ich gucke. I. Äh, Surge. Scheiße, kann ich nicht nehmen. Kannst du es kombinieren mit irgendwas? Dass da dir da vielleicht so eine Antizepten-Ding sind. Weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, was man braucht bei so was. Ob man da Antibiotika braucht oder einfach nur ein paar am Abend will. Antibiotika, use. Ich nehme es einfach mal. Bringt ja jetzt nur ein Stück. Probiert einfach. Geht. Also das zählt nicht mit dem Surge. Hat mir nicht das Richtige angezeigt. Aber. Doch, ich bin wieder gesund. Echt? Ja. Wollen wir noch mehr einsammeln? Aber. Man muss dazu sagen. Das, was ich vorher gesagt habe. Mit diesem. Wo steht der Tipp, wo man rufklicken soll. Hinter Sickness. Der hat mir nicht gesagt, dass das Antibiotika in meinem Inventar ist. Also ist doch noch nicht ganz so richtig gewesen. Aber das finden wir auch noch raus. Ja, ich habe sie gehört. Nicht schießen. Hier stehe ich und kämpfe. Ich habe sie tot. Ich habe draußen geschossen. Achso. Hat sich anders. Manchmal kannst du die Toten looten und manchmal nicht. Also entweder haben die nur eine kurze. Ne, manchmal. Kannst du das wirklich nicht looten. So jetzt. Achso, wie mache ich jetzt mit den Batterien das? Ich habe zweimal Batterien. Aber ich kann sie nicht. Also meine Kopflampe geht nicht mehr. Batterien. Rechtsklick. Mach mal die Türen zu. Inventar. Wo sind die denn? Die heißen A. A.A.Batterien. Kann ich die irgendwie verbinden? Warte mal. Weg. Kann man... Ich glaube ja auch keine. Ich gebe dir mal eine ab. Ich habe jetzt weh. Hier. Ich habe eine hier hingelegt. Siehst du sie irgendwo? Steht ganz oben unter den Waffensachen bei mir. Vielleicht unter Craft. Schon gedacht. Kompass könnte ich herstellen. Ja, vielleicht braucht man für diese Kopflampe. Warte mal kurz. Das wird ja toll in der Nacht jetzt. Ja, vor allem, ich kann halt nichts sehen. Der Bildschirm ist komplett schwarz. Außer dein Namenszug ist zu sehen. Headlamp. Dann machen wir das. Stellen wir uns draußen ans Feuer, komm mit. Ist zwar ein bisschen blöd. Oh. Wo ist das Feuer? Nee, ist nicht hier. Alles schwarz. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, komm doch mit, habe ich gesagt. Ja, ich mach doch gleich. Das geht aber mit der Horde eigentlich. Die sind nicht mehr schwarz, komm ran. Vielleicht kriegst du noch heller. Für diese Lampe. Achso. Weißt du, dass man vielleicht von der Sache her für diese... Mal gucken, was zeigt der mir denn am Headlamp. Äh, doch, da steht ein Plus und ein Minus. Siehste? Da drückst du einfach auf Plus. Du gehst über Headlamp. Warte, warte, warte. Links... Und links kommt da ein Fenster und da ist Plus und Minus. Hä? Plus? Du gehst nicht bei Craft... So, habe ich? Ist es jetzt? Und dann ist er dir eigentlich... Ah, okay. Ja. Von hinten. Von... egal, von hinten. Aber wenn deine Lampe an ist... Also meine ist echt hell. Okay, bei mir nicht so. Den habe ich. Oh, fuck. Ich auch? Ich habe keine Muni mehr, nur noch eine. Jetzt kommen wir jetzt nicht viel mehr. Man weiß es nicht. Dann werde ich wohl sterben jetzt. Nee, ich habe da noch. Oh, du fertig. Die ist immer so um mich rum wie ran, die kleine Kröte. Ich muss mal an eine Banage gehen. Okay, also Muni und so gibt es eigentlich genug. Ja. Ist eben immer so eine Sache... Naja, du musst die eben doch finden, oder? Ja, ja, klar. Mal findest du 9mm, mal findest du... Genau, mal findest du was anderes. Und die Sachen... Die spawnen aber nach, ne? Oder spawnen die nicht nach? Ja. Also, ich glaube ja, als wir ausgelockt hatten, da war ja nichts mehr in dieser Garage. Mhm. Und jetzt ist wieder was gewesen in der Garage. So, ich power mich jetzt mal hoch mit meinen Bandagen. Ich glaube, ich bin nicht... Und dann sind meine... Ich hatte mit der eben ein bisschen... Probleme. Ich hab noch mal Batterien gefunden. Gut. Aber hier waren wir halt ruhig, also, oder? Ne, hier... Ich hab grad hier... Noch eine Empty-Water-Buddle. Ich guck lieber noch mal in die Schränke. Ja. Ja. Nö, jetzt sind wir durch, wa? Denke auch. Oder wollen wir noch mal gucken? Katzenfutter. Katzenfutter? Und Hundefutter. Und Katzenfutter. Und Katzenfutter. Klar. Ja. Cleaning-Kit. Das sind so viele Sachen, die wir noch nicht kennen. Scrap-Metal hab ich. Na, ich guck jetzt erstmal nur nach Essen. Dass wir uns an der Tonne... Mal stärken können. Ja, ich hab noch zweimal Tomatensuppe für uns zum Kochen. Genau. Dann hauen wir uns das da noch hin gleich. Und dann... Und dann schwingen wir rüber in die nächste Folge. Warte mal. Gehen wir hier kochen schnell. Wie geht das nochmal? Tomatensuppe. Blaze. Sardinen. Bistu. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Und hier oben ist hier richtig voll. Also hier, du kannst hier ruhig drei, vier, fünf Stück aufpacken. Alles, was du irgendwie hast zu essen, packen wir hier einfach mal da drauf. Das wird ein Festmahl. Ey, ich würd lieber was aufheben, ey. Ey, wir powern uns voll, das reicht doch lange. Wir müssen bloß uns richtig vollfressen, dass das hochgeht. So richtig. Wir hauen hier richtig Weihnachten. Wir hauen richtig innen raus, hier alles, was aufgeht. Erstmal jetzt. Kantine-Water... Dinner is served, ich grad erhalten. Siehste? Guckt. Kann ich schon essen, ne? Ich würd was essen, ja? Ja, aber das sind doch meine, die ich mir hier nicht stellt hab. Die kann ich doch essen. Na, ich ess alles, was ich gekriege. Ich würd, was ist meins. Ey, du hast meins gegessen? Nein. Nein? Ich glaub schon, du bist zu gierig. Ich... Kann ich noch was abkochen hier, Wasser? Empty. Ja. Wo ist es da? Dirty. Nice. Na, sterf. So. Geht. Dann trinke ich mir noch so ne... so ne Pulle leer. Kalorien. 850 von 1400 hab ich. Und du? Ich habe... Nice. Ähm... Kalorien hab ich 860 von 1000. Und Hydration ist 57 von 100. Ich hab aber jetzt kein Wasser mehr. Hier, was ess ich denn hier? Noch nischt. Was ist meins, ey? Ich hab ja nischt. Das ist mein Katzenfutter. Ja, aber du kannst ja nicht... Da steht ja noch eine Dose. Zwei Dosen stehen die noch. Das sind nicht meine gewesen. Guckt. Das kannst du trotzdem essen. Immer hau rin. So, ich esse. Ganz gemütlich. Oh, warte weh. Hab ich nicht noch was zu essen? Please. Bandagen kann ich auch auf Feuer legen. Ja, aber du musst dann über diesen Wert von dem Essen da kommen. Dogfood. Ich hau mein Hundefutter auch noch mal drin. Feeling unreal. Oh nein! Das war nicht gekocht. Siehste? Jetzt hast du die Scheiße auch gehalten. Das war gekocht. Nee, da steht der nicht... First Aid Kit. Use. Consuming First Aid Kit. Feeling unreal. Nee, das geht nicht. Nein. Hab ich doch schon genommen. Verbrauch das doch nicht, das teure Zeug, ey. Ah, hier ist das andere hier. Das soll ich jetzt kennen, oder? Nee, will ich nicht. Habe ich Angst vor. Du vergiftest mich. Vergoften. Nein. Oh. Ah, der macht jetzt bestimmt ein bisschen dünne Gäckerchen und dann ist wieder Juh. Nee, mach da nicht. Du brauchst Antibiotika wie ich. Aber ich hole mir jetzt schnell welche und... Aber hier ist nichts. Vielleicht. Vielleicht doch. Meinst du so schnell? Vielleicht ist es schon wieder nachgewachsen? Nee, ist es nicht. Kann sein. Da unten vielleicht kann ich hier grau. Raucht schön. Warte mal hier. Bandages. Die gehen nicht. Du brauchst nur Antibiotikum. Egal, die nehme ich aber trotzdem mit. Gauzefrapp. Siehste? Hast du eine Waffe weggeworfen? In ein Haus hier? Nee. Dann nehme ich sie mit. Oh, Inventory voll. Was schmeiß ich denn weg? Cardboard. Was ist denn das? Brauchen wir das? Drop. Ja, das ist so ein Anzünder. Das ist ganz leicht. Das ist ein schlechter Tausch. Oh, das geht nicht. Ich brauche was anderes. Was ist ein Distributor-Cap? Drop. Was ist ein Distributor-Cap? Das weiß ich nicht. Inventory ist immer noch voll. Boah, weil wir so viel gemampft haben, ey. Was leuchtet denn da vorne? Nein, ich will es nicht wieder aufnehmen. Was leuchtet denn da? Oh, hier stehen sie wieder. Zu schnell? Ich glaube, ich kann da nichts. Und der hat auch keine Muni. Wo bist denn? Welche Seite? Vor der Tür. Ja, ja. Ja. Ey, komm mal. Komm mal. Du musst aber was suchen. Du musst in eine Apotheke. Ja, das ist doch nichts. Ja, jetzt. Nee. Und schon ohne Atschik jetzt zu anderen, dann sterbe ich lieber. Hier ist noch eine Zeit. Kommst du, Janikro? Nee, komm mal hier. Hink auf ihn. Guck mal, hier liegt ein Drawknife. Heb den mal auf. Ich hab keinen. Hat schon Ding? Knife. Hast du das aufgehoben? Hinter dir? Hier, guck. Klar. Ah. Okay. Hast du die Zelte durchsucht? Ja. Okay. So, dann machen wir erstmal Schluss, wa? Für heute und gucken mal im Hellen, wo wir noch hin gehen können und ob wir uns denn endlich mal irgendwo... Ich hab ja jetzt Lockkit und der hat einen Screwdriver. Vielleicht können wir dann doch mal irgendwo ein Haus besetzen, eine Kiste fertig machen, ausladen und in der übernächsten Folge dann Auto fahren. Musst du mich so erschrecken. Hast du dich erschrocken von mir? Puh. Ja. Dabei schieße ich noch ja nicht. Auf jeden Fall hängen Muni. Burger. Ach, guck mal, hier kannst du die auslocken. Komm mal her. Lock off. Kann man hier speichern irgendwo? Ich weiß nicht, ob man speichern kann, aber hier kann man auslocken. Dann locken wir mal hier aus. Wir sagen auf jeden Fall erstmal Tschüss und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Hau da rin. Ciao und jetzt gucken wir mal, was passiert. Oh. Okay, ich quitte. Also ich lock aus. Tschüss. Falls wir unseren Speicherstand jetzt löschen. Ja. Ich quitte. Ich bin Quitter. Ich bin eine Quitter. Okay. Ich bin Qu чув plugins. Ich bin eine Querstre. qualquer Sache. Okay. Etwas.